Moin, sind Stefan hier, Happy Ones. Und der ist hier ein bisschen laut, macht aber nix. Wir sind nämlich gerade genau an der Stelle, wo das Ganze vor fünf Tagen begann. Und wenn du dir dich zur Frage stellst, was ist denn überhaupt angefangen? Naja, unsere Mallorca-Woche. Die war nämlich sehr, sehr geil. Ja, die war wirklich cool. Pass auf, wie geil die war. Das zeige ich dir jetzt erstmal mit so ein paar kleinen Eindrücken. So einen kleinen Vlog. Denk dran, mindestens 1000 Tauben, sonst mach ich nie wieder ein. Also, lass dich mal unterhalten und dann hab ich dir noch was zu erzählen. Bye, y'all. aisberlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020